Die Niederlande und Dänemark wollen gemeinsam 14 Kampfpanzer Leopard 2A4 kaufen und an die Ukraine abgeben. Wie die Verteidigungsministerien beider Länder heute mitteilen, sollen die Fahrzeugen nach der Überholung so schnell wie möglich an die ukrainische Armee geliefert werden, was voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres erfolgen werde. Den Angaben zufolge teilen sich die Niederlande und Dänemark die Kosten für den Kauf der Leopard 2A4-Panzer, die sich auf rund 165 Millionen Euro belaufen. Angaben zur Herkunft der Panzer wurden nicht gemacht. Die Niederlande und Dänemark sind Teil der internationalen Panzerkoalition, die die Ukraine mit Kampfpanzern versorgt. Zuvor hatten die Niederlande gemeinsam mit Dänemark und Deutschland Leopard 1-Panzer für die Ukraine gekauft. Dem dänischen Verteidigungsministerium zufolge sollen erste Leopard 1 in einigen Wochen für Ausbildung ukrainischer Soldaten zur Verfügung stehen. Am morgigen 21. April wird die sogenannte Ukraine Defense Contact Group, ODCG, erneut in Ramstein zusammentreten. Dort werden die Verteidigungsminister von mehr als 50 Ländern über die Koordinierung der militärischen Unterstützung für die Ukraine beraten. Die Niederlande beteiligen sich nach eigenen Angaben außerdem an zwei Initiativen zur gemeinsamen Beschaffung von 155 Millimeter Art Ilai-Munition, zum einen mit 130 Millionen Euro an der Initiative der Europäischen Verteidigungsagentur, EDA. Weitere 130 Millionen Euro gehen an die deutsche Initiative zur gemeinsamen Beschaffung.